Ich schätze die Kultur und das Brauchtum, das wir hier pflegen und darum möchte ich auch Sorge tragen. Ich bin ein parteiloser Ausserrater, lebe für meine Familie, für mein Kleinunternehmen. Für mich bedeutet Freiheit, dass jeder das Recht hat auf Kunst, Kultur und Tradition. Ich bin überzeugt, dass Politik Leidenschaft braucht. Leidenschaft für die Sache und Herzblut. Herzblut für die Heimat. Das klare Ergebnis dieser Wahlen freut mich sehr. Es ist eine Bestätigung dafür, dass die Stimmenden meinen Einsatz und meine Arbeit estimieren. Aber auch für die Pflichtung, mich weiterhin für die Anliegen von den Ausserraterinnen und Ausserratern einzusetzen. Vieles, was uns in Ausserrater betrifft, wird in Bern entschieden. Und darum reise ich jedes Jahr über 100 Mal ins Bundeshaus, um unserem Kanton national gehör zu verschaffen. Wir sind ein Lied dafür. Bis zum nächsten Mal.